Nachwuchstalente aufgepasst! Du liebst Schlager und Volksmusik? Mehr noch, du bist davon überzeugt, der Star von morgen zu sein? Dann ist dies hier genau deine Chance! Melodie TV und die Schlagerrallye präsentieren den Schlager- und Volksmusik-Nachwuchswettbewerb 2014-2015. Die Welt braucht der Musik, die Welt braucht der Lied. Erzähl uns von deiner Leidenschaft zur Musik und bewirb dich noch heute mit Foto und einer kleinen Demonstration deines Könnens. Egal, ob du in einer Band spielst oder Solo unterwegs bist, wir suchen dich! Vielleicht bist du dann schon bald das Nachwuchstalent, mit dem ein professionelles Musikvideo gedreht wird, welches in der TV-Sendung herzlichst und in der Schlagerrallye vorgestellt wird. Schick deine Bewerbung noch heute an mail.schlager-rallye.de Die Welt braucht der Musik, die Welt braucht der Lied. Der Schlager- und Volksmusik-Nachwuchswettbewerb von Melodie TV und der Schlagerrallye. Der Sieger wird übrigens anlässlich der Schlagerrallye-Superhitparade 2015 bekannt gegeben. E-Mail an mail.schlager-rallye.de Der Schlager- und Volksmusik-Nachwuchswettbewerb 2014-2015 Das ist deine Gelegenheit!